Wieder mal ein elektronisches Bauteil und zwar ein Kondensator. Wir als Kfz-Mechatroniker sollten hierzu wissen, wie sich dieser Kondensator im Gleichstromkreis verhält. Und wir sollten vielleicht noch etwas über den Aufbau wissen. Den Kondensator an sich finden wir in Steuergeräten auf der Platine verbaut. Wir sehen hier einen ganz einfachen Fall. Ein Plattenkondensator besteht zunächst mal aus den beiden Platten, Metallplatten in der Regel, einem Dielektrikum, Isolation genannt. Dann den zwei Anschlüssen. Wenn der Kondensator spannungsfrei ist, dann befinden sich auf den Platten gleich viele positive und negative Ladungsträger. Das ändert sich, wenn wir unseren Kondensator an eine Gleichspannungsquelle anschließen, hier in blau dargestellt. Wenn wir also diesen Stromkreis schließen, dann fließt hier ein Strom. Das kann man hier sehr schön sehen. Ein sogenannter Ladestrom, der über der Zeit abnimmt. Gleichzeitig steigt die Spannung des Kondensators an. Und dieser ganze Prozess ist beendet, wenn unser Kondensator die gleiche Spannung hat wie unsere Spannungsquelle, also unser Generator. Dann ist euch auch schon klar, warum der Strom dann sinken muss. Also was passiert ist, dass diese Spannungsquelle dafür sorgt, dass hier Ladungen getrennt werden an den Platten. Das heißt, auf einer Platte werden wir anschließend einen Elektronenüberschuss haben, auf der anderen Seite einen Elektronenmangel. Und wir wissen schon, dass dann eine Spannung entstanden ist. Wenn man nun den Kondensator wieder entlädt, dann passiert natürlich Folgendes. Es fließt ein Entladestrom, auch wieder über der Zeit T hier dargestellt. Gleichzeitig nimmt die Kondensatorspannung in diesem Prozess ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.